So, Möckern, ich hab mir die Sniper am Schatz. So, okay, Philipp, wo bist du? Oh, ihr wollt mich jetzt holen, oder was? Ja, ja, ja. Ey, ihr seid doch keine Gegner, Leute. Also, irgendwie, die wollen mich jetzt hier mit Sniper abschießen, aber ich weiß gar nicht, wo die sind. Das Ding ist, du wirst uns halt niemals irgendwie jetzt hier bekommen, ne? Was ist der denn noch? Ah, hier. Ach so, Ach, ich muss doch jetzt wegkrammen, da oben, oder was? Oh, boah, ja, ja. Oh, nein, was mach ich? Alter, das war gerade richtig knapp. Okay, warte, pass auf. Hast du, wolltest du mich snipen, oder was? Ja, ja, ich wollte dich snipen, aber man darf ja nicht holen können. Ich schieße gerade auf meine Kacke hier, ne? Oh, okay. Halt mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, was ich mache, Bro. Möcker, du musst am besten, pass auf, Möcker, du gehst links, ich geh rechts. Weil dann kann er sich beide auf einmal holen. Warte, warte, ich gehe hier hin dann einfach. Ey, ich hatte fast einen gekriegt, aber ich Idiot, war ich aus. Ich wollte euch gerade nicht runterholen. Ja, ja, oh. So, Leute, die Snipers da oben werden wir holen. Hier, komm, 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 schieß doch, schieß doch. Ey, ich schieße voll daneben. Nein, 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 nein. Alter, yo. Was ist das denn? Ich hab gerade schon meinen Tod gesehen. Alter, was war das denn? So, komm mal her jetzt hier. Warte mal, ich muss, glaube ich, einen Anlauf nehmen hier. Oder das Auto ist zu lang, ich muss das Auto gleich nochmal wechseln hier. Ich hab extra Auto gewechselt, dass ich nicht bis gleich bin. Sniper hier. Ne, das ist zu langsam, das ist zu langsam. Ah, verdammt, Alter. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Nein, und ich bin tot. Du ist Jod. Alter, so ein Bummi, Alter. Oh mein Gott, ich hab ein Joker-Auto gefunden. Oh, Brox, das war's jetzt. Digga, ich seh dich halt grad nicht, ne? Ja, gib auf, ich hab ein Bonus-Auto gefunden. Ich no-scoop dich jetzt, pass auf. Ja, 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 ja. Oh, er hat den Centorno, Digga. Ja, der Centorno ist richtig stark und der ist gepanzert vorne. Oh, und auch halt hinten gepanzert. Ich kann nicht die von hinten abschießen. Stimmt. Oh, das ist echt stark. Ach, komm, schieß doch, schieß doch. Schieß doch, Brox, los, schieß. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Ey, warum komm ich da oben nicht rauf? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Alter, das war grad so knapp, ne? Warte mal, kann ich die von hinten abschießen? Ach so, gepanzerte Reifen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Komm, schieß doch auf die Reifen. Na, pass auf, ich werd jetzt hier den... Nee, jetzt reicht's. Ich schnur jetzt an. Nee, 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 ich werd jetzt... Bro, ich hab hier ein Geheimauto, ne? Ein Geheimauto hab ich hier. Pass auf. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt, welches Geheimauto das ist. Bro, dieses Auto hat einen Flügel hinten dran, dass ich nicht wegfliegen kann. Checkst du das mal? Ah, okay, Digga, okay. Ich hab ja auch noch mein Kanister am Start, Digga. Jetzt mach ich jetzt erst mal... Was bringt der Kanister? Der bringt doch gar nichts. Oh, oh, warte, komm. Schieß, schieß, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Oh! Hau rein, Bro! Oh! Nein! Was? Alter, ich bin doch extra ausgewichen. Ich hab mich voll weggegeben. Alter. Okay, welches Auto nehmen wir jetzt, Digga? Wo bist du? Bro, ich dachte, so wie es ist, ich geh auf jeden Fall mit dem Zentorn rupen. Komm, hier, Leute. Ach, du bist auf der anderen Seite, ne? Auf der anderen Seite. Ah, nein! Oh, ha, halt. Von beiden Seiten? Von beiden Seiten, oh, erdeck. Warte mal, ich muss mich noch rollen, Leute, wenn die kommen, ey. Das ist natürlich richtig... Oh, jetzt ist... Ich komm ja direkt mit Vollspeed, Leute. Ich auch, direkt. Digga, lass ich ihn richtig sandwischen, Alter. Wie so ein Sandwich-Toast. Alter, Leute, ich muss aufpassen, Leute. Oh, nein! Locker, locker, locker. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Locker Ausgewicht, Bro. Oh, mein Gott, das war ganz so knapp, ne? Nein, 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 nein. Boah, man muss halt auf beide achten, ey. Wer ist denn der Rote hier? Ja, ja, ich bin hier der Speedometer, pass mal auf, jetzt sind hier irgendwelche geheimen Autos hier hinten. Ah. Oh, mein Gott. So schlecht. Bro, fast. Hast du dich fast geholt, grad, oder was? Ja, ja. Ich hab mich fast geholt. So, komm mal her, Brox, ne? Oh, oh, ja, netter Versuch, Digga, netter Versuch. Komm, komm, komm. Oh, nein! Der ist ja mal weiter neben, du kannst ja gar nichts tun. Oh, ich bin getroffen. Ne, ne, ne. Hä? Oh, ich hab's gedacht. Mein Motor ist aus. Ja, ich hab auf den Motor geschossen. Was, Digga, mein Motor war ganz kurz aus. Oh, mein... Oh, mein Gott, was ist das? Ich bin hoch genug. Ja, ich hab auf den Motor geschafft, dass der ausgeht. Pass auf, ich nehm jetzt hier ein neues Auto. Ich brauch hier Geheimversteck jetzt gerade. Bro, ich sag das gar nicht so einfach, ne? Digga, und ich mach jetzt, pass auf, Digga, ich mach jetzt so ein bisschen, äh, Kanister hier. Bisschen Benzin auf mein Auto. Ja, wenn du es abschießt, Digga, fängt es aus zu brennen und dann setze ich dich in Flammen. Okay, das ist das krass eigentlich. Ja, Digga. Ich krieg's ja voll die krassen Tricks hier, Junge. Na ja, schieß mir ruhig auf die Motorhaube, Philipp. Mach ruhig, Digga. Mach ruhig, kein Problem. Warte, warte, jetzt krieg ich hier. Boah, jetzt hab ich dich. Oha, das Auto zieht sich schnell. Schieß auf dich hier, boom. Ja, ja, warte mal, pass mal, oha. Oh, das ist der McKay. Oh, ich dachte, du siehst mich nicht. Nein, ey, das ist so schwer, euch zu treffen, Junge. So, das Ding ist mein Auto, das ist so schnell. Ja, aber das tritt jedes Mal. Ja, ja, er hat mich auch gerade fast getroffen, Digga. Oh, pass auf, oh Gott. Warte, hinter, ich werde Trick 17 machen. Pass auf jetzt hier. Oha. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute, wie soll ich die denn treffen? Das ist unmöglich. Pass auf, wir können die hier. Oh, was? Das war so knapp. Ich hab's gerade gesehen, das war gerade so knapp, Alter. Wow, ich bin übelst ausgewichen. Warte auf mich, warte, lass das anfangen. Ey, die, jetzt wollen die doppelt Angriff machen. Pass mal auf, jetzt, Digga. Und jetzt, 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 jetzt. Schöne Schere rein. Oh, nix da, jetzt hole ich mir, jetzt hole ich mir. Ich hole ihn. Nichts. Hey, Junge, du kannst ja gar nichts tun. Einfach der El Torero, Junge. Okay, Murka, komm, pass auf, lass zusammenfahren. Oh nein. Ich bin auf dem Rücken. Ich weiß, das ist so eine verloren Schüche. Nein, nein, Murka. Oh mein Gott. Nein, fahr. Ich fahr weg, ich fahr weg. Oha, oh, oh, oh. Pass auf, jetzt hab ich ihn. Aber wir haben Rocks, Junge, wenn du nicht schaust. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Oh mein Gott. Hast du mich nicht geholt? Ja, du hast mich geholt. Nichts, Alter. Nein, mein Auto fällt auseinander. Da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Ey, was? Das war so knapp, Alter. Oh mein Gott, der hat mir ganz einfach nur aufgesnipt. Nein. Oh mein Gott, Bro. MBK, ranzig. Okay, okay, ich brauch jetzt ein neues Auto, Digga. Ich brauch jetzt ein neues Auto. Ich räch dich jetzt, Murka. Wo bist du denn, Brox? Ey, es ist ja so ein Autobeweg. Ey, was? Oh mein, hä? Oh! Ja! 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 Bro, das ist doch so ein Bidimit. Bro, ich hatte so einen Millimeter, das glaubst du nicht. So, du hast gerade so eine geheime Taktik gemacht, ne, Brox? Ja, ich hab jetzt auch noch den Regen aktiviert. Na, so pass mal auf. Oha, dann werd ich das jetzt nämlich auch mal machen, Alter. So, jetzt macht euch bereit. Es wird hier nämlich gleich was richtiges Krasses passieren. Guck mal, Murka, pass auf, guck mal, ich war jetzt hier das. Guck mal. Oh, Murka, ich hab auch einen. Hä, was warst du denn da? Wenn er jetzt gleich hier oben irgendwie raufkommen sollte mit irgendeinem Trick oder so, ne? Dann zünden wir es, okay? Oha. Hä, was zündet ihr? Dann kannst du sowieso noch eine Rechnung offen mit ihm, also... Ja. Achtung, pass auf. Schieß doch, Juggie! Oh! Jetzt aber, pass auf, jetzt, jetzt. Oh nein, 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 nein. Jetzt, 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 schieß auf ihn. Oh mein Gott! Oh! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich drehe voll durch jetzt, was war ich los? Oh, pass auf, Digga. Jetzt haben wir den Trick raus. Oh, komm schon. Nein, ich musste gerade nachladen. Ja. Oh. Oh, ey, macht ja mein Auto ganz kaputt, hier. Oh, ey, ja, pass auf. Er kommt. Oh mein Gott. Alter, du bist einfach stehen geblieben, bist du verrückt? Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's. So, irgendwo ist... Jetzt reicht's wirklich, Flo, jetzt habt ihr übertrieben. Ich sage euch ehrlich, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt lockerer hat es den Torn. Jetzt regnet den Feuerbaron, komm. Oh mein Gott, ich gehe nie wieder an den Rand. Ja, pass auf, Digga, du darfst nicht runterfallen. Ja, komm, geh an den Rand, los. Eh. Komm, den müssen wir in Platten schießen, Digga. Müssen den Platten schießen. Ey, hört auf, den Platten zu schießen, Junge. Ah, ich sag dir jetzt, du hast Probleme mit dem Regen, ne? Du wirst gleich in den Steuern geraten. Mal, bis ich durch herkomme, zack, hier, links, rechts. Ey, trifft ja nicht mal was. Hä? Drift! Oh nein! Oh mein Gott, der hat uns beide gerade geholt, Digga. Das Auto ist aber zu langsam, der Zentorno, als ich das Gefühl. Ja, der Zentorno hat dann nur den Vorteil, dass du von ihm nicht abgeschossen werden kannst. Ich probiere jetzt noch einmal Zentorno, sag ich dir echt, ey, wer hat denn hier Regen eingestellt? Das ist doch voll unfair für mich. Das ist halt echt so, Alter. So, dann rüsse ich ja voll runterballern. Ah, kommt. Oh, oh, oh. Wichtig, wichtig, wichtig getroffen. Oh, oh mein Gott. Jetzt, jetzt geh auf ihn, geh auf ihn. Schnell, überschlägt sich. Wo ist er? Da liegt er, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er schießt auf ihn. Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, nein, die Rampe war im Weg, Alter Hier, die Dicken zeige ich euch Wir müssen echt den Platten schließen, Alter Ey, er hat mich wirklich einmal getroffen Das kann nicht wahr sein Ich treffe gar nichts Ja, wir zielen anstatt zielen, zielen Oh mein Gott, let's go Yo, Alter So, ich habe jetzt extra für euch auch Regen gemacht Richtig der Sturm jetzt, das ist viel döller jetzt als eben Ja, ja, ich hab extra Sturm gemacht, und das wird immer schneller, das kommt vielleicht sogar den Tsunami-Prox. Oh, nein, Digga. Bro, umso länger wir spielen, umso heftiger wird es erwähnt, dann kommt der Tsunami. Ey, das Ding ist, guck mal, mein Auto hat halt kaum, äh, hier Traktion mit dem Regen, ne? Ja, ja. Oooooooh. Ach, mein Gott. Oh, ich flieh' viel zu hoch. Ja, ja, irgendwie macht der... Bro, ich fäll' ja gar nichts. Digga, mein Auto geht aus. Was ist das? Der Regener... Das war knapp, er schießt! So warte mal, oh mein Gott, das rutscht so doll, ne? Das ist ja immer schwierig, ich muss auf beiden Seiten gucken. Ja, du hast es nicht leicht, Digga. Du hast es nicht leicht. So, Mokawa, ja? Oh mein Gott, ich bin auf einen Meilen weiter neben. Wo fliegst du denn hin, Bro? Meilen weiter neben? Jetzt hier! Nein! Ja, jetzt hab ich dich gesagt! Oh mein Gott, ey, das regnet so doll, ne? Man sieht dich ja kaum. Oh mein anderes Auto. Ich brauch auch ein anderes Auto. So schlecht. Warte, bis der zu den Anschluss kommt. Ich schwör dir, der kommt halt echt leicht, ne? Aber der wird dich dann ausknocken. Oh mein Gott, ist das ein Auto? Tsunami, Sniper versus Kars, Super Kars, Leute. So, ich hab jetzt ein T20, Digga. Damit wird er auf jeden Fall Probleme haben. Pass mal auf. Oh nein! Oh mein Gott! Hit! Ich hab Hit gelangen! Ja, holen die Böcke an! Ey, man fliegt mit den Autos zu hoch! Oh, was? Schade, Digga, schade. Okay, Brox ist schon mal One, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, ich gucke, ob ich hier noch irgendwie ein gutes Auto habe. Anscheinend ist das sehr, sehr anfällig. Ich muss es irgendwie besser fahren. Was mach ich denn? Oh mein Gott! Oh nein! Jetzt, pass auf Digga, jetzt kommt die Schere. Komm, auf Brox! Jetzt kommt die Schere! Jetzt kommt die... Oh! Ey, das war die Schere. Oh mein Gott, hätte ich das getroffen. Ich schwör's dir. Wir hätten dich so geraged quittet. Komm hierher! Ich glaube wir machen's Digga, ich glaube wir Penzi zusammen machen. Na, wollt ihr Doppelanzen machen oder was? Ja, pass auf Digga. Komm, let's go! Das Ding ist, mit dem Regen sich kann doch noch schlechter, ne? Let's go! Ja, 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 okay! Haha! Jetzt geht's aber richtig ab hier! Nein, nein, nein! Kannst du dich auf Eid fokussieren? Nein! Oh Gott, nein! Nein! Ich fliege so hoch! Wollt ihr denn jetzt fliegen, Junge? Schade, Digga! Ey, warum hast du mich denn? Jetzt sind die Leute, die werden sich jetzt uneinig. Jetzt hol ich, kommt er! Holt euch die Headshot ab! Komm, 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 komm! Oh! Ich bin der One-Shot, ne? Das ist das Problem. Nein! Nein! Ach, das ist doch schlecht! Ich sag's noch! Und ich flieg jedes Mal zu hoch! Ja, Bruder, ich wechsle noch den Wagen. In den zwei Minuten hole ich dich aber noch. Ey, willst du ein Flugzeug werden oder was ist da los? Ich fahr zick-zack und dann hol ich dich jetzt. Na komm, komm, hol mich, hol mich, hol mich! Oh mein Gott! Was, Digga? Einfach in der Luft geholt! Let's go! Ich bin gerade am Gewinn, also checkt die Bro, ich mach zwei gegen eins gegen euch. Ja, aber guck mal, der Regen hört langsam auf, ne? Also ich seh schon, es kommt schon lange die Sonne durch, gerade. Ja, nee, 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 mein Dings kommt ja noch, meine Special-Attacke gegen euch. Ja, okay. So, Leute, ich bin wieder dran hier. Ich bin locker gegen die Beine. Ich mach das jetzt hier, ich mach jetzt diese Taktik, ich mach jetzt so eine Feuerwand. Digga. Ich kann einfach cheaten! Wie? Ich hab einfach alle meine Waffen! Wie jetzt? Ich hab meine Explosive-Sniper! Was? Was, Bro, hat der echt? Was? Hä? Wo hast du die her? Du kannst mit der Explosive-Sniper schießen! Ich hab einfach alle meine Waffen, ich kann mit einer Minigun schießen! Hast du aber keine Munition für, du Idiot! Okay, ich hab keine Munition für! Schieß mal mit der Minigun! Digga! Was? Oh mein Gott, Digga! Was? Warum hackst du, Alter? Ich check das nicht! Er ist einfach am Hacken, Digga! Wo hast du die denn her? Ey, Bro, du Scheiße! Das ist irgendwie kräftig! Ja, was? Wieso? Oha, Digga! Weg mit dir! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Nein! Dig mal runter! Ja! Hacker runter! Was? Einfach, einfach mal der Hacker runtergefallen! Digga, wo hast du das? Ich hab das nicht, ne? Wo hast du das her? Ich weiß es nicht! Digga, ich meiste Feuerwand, Digga! Ich meiste Feuerwand! Ja, das kannst du machen, was du willst, Brocksmann, weil du abballiert bist! Stadion kommt jetzt nicht! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt der Drift! Oh Gott! No Scope! Oh! Pass auf, Digga! Ich hab jetzt die Sonne. Oh mein Gott! Oh! Das war dein Fehler, Digga! So, jetzt werd ich das auch machen mit meinen Hexen! Endlich, Digga! Ist der Regen weg, ne? Ja, ich! Vielleicht kommt gleich ein Tornado, Digga! Oh, ich hab nämlich schon auch alle Waffen gehabt! Jetzt sind die weg! Was ist das denn? Ich nehm die, diesmal direkt von Anfang an die... Sooo, jetzt hier schön! Pass auf, Digga! Ich mach jetzt was richtig krasses! Ja, wer kommt da jetzt zuerst? Ich mach jetzt, pass auf, Digga! Ich mach jetzt so ne... Hey, ich hab ja gar keine Sniper, Digga! Oh mein Gott, ich hab ne Idee! Wolltest du ihn snipen? Wolltest du ihn snipen? Ja, okay! Übertreib'n's, Junge! Ohhhh! Pass auf, Digga! Jetzt kommt der 360! Oh! Ich brenne, Digga! Oh mein Gott! Nein, ich brenne! Hilfe! Hilfe! Oh, okay! Es hat aufgehört, Digga! Oha! Ich hab einfach den Motorhaube entzündet, Junge! Sag dir das Witz! So! Du willst nach rechts gehen! Ich hab... Oh mein Gott! Ja! Oha, Digga! Let's go! Sehr wichtig! Let's go, Leute! Uh! Denno! Wie geht der euch da oben? Denno, wir kriegen dich! Komm doch! Wir schießen dich easy ab! Pass mal auf, was jetzt hier abgeht! Oh! Vielleicht müsstest du doch erstmal rankommen! Hahaha! Ich wollt grad sagen, lernt erst mal zu! Oh, Denno! Ich hab noch ne kleine Geheimwaffe versteckt bei mir in der Hosentasche! Ach so! Was hast du da versteckt? Ich müsste hier vielleicht ein bisschen anschauen! Harte! Wir müssen nicht mal auf Platten schießen, irgendwie! Ja, ich probier! Nee, gar keinen Platten, Digga! Nee! Los, komm doch her! Los, Denno! Komm doch her! Fahr doch! Fahr doch! Jetzt doch! Das war, du bist der Erste, den ich holen werde! So! Ich bin gar keiner, den du holst! Jetzt geht's los, Leute! Geheimwaffe! Geheimwaffe! Oh mein Gott, Digga! Leon ist noch weg, oder? Oh mein Gott, Alter! Das war so heftig knapp gerade! Oh! Das kann nicht sein! Komm, wir müssen ihn schnell holen, Kaspar! Wo ist der? Ja, ja, ich bin ready! Ich bin ready! Ich seh ihn nicht! Er hat irgendwas gefunden, oder? Ich glaub, er hat irgendwas Geheimes gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, was! Denno? Digga, wir werden's jetzt noch mit ein bisschen mehr Pace probieren, Digga! Oha, mit dem Zentorno! Er hat ein Zentorno! Oho! Ich hab ihn angeschossen! Ich hab ihn angeschossen! Ich hab ihn angeschossen! Ich hab ihn angeschossen! Ich hab ihn angeschossen, Digga! Nein! Woah! Was? Ich hab Deno gekriegt! Loll! Hab ich ihn gekriegt? Danke, schossen, Digga! Alter, du... Er ist einfach explodiert! Okay, weißt du, was das heißt? Ich will nix callen. Ich will nix callen. Ich bin die Head beim allerersten Sprung runtergeschlagen. Oha, okay, okay. So, die Frage ist jetzt, Kaspar. Welches Auto nehmen wir jetzt hier am besten? Wo bist du eigentlich, Kaspar? Ich bin auf der anderen Seite, glaube ich. Ich bin gegenüber von dir. Wir können echt getrennt einfach hinfahren. Okay, okay, das ist gut für uns. Oh, der sieht aber, Alter, sieht das Auto heftig aus. Die Scherentaktik. Ja, Mann. Wollen wir losfahren? Ich hab ein richtig fertiges Auto, Digga. Ich bin ready. Bist du auch ready? Ja, let's go, Digga. Let's go, Digga. Let's go. Und an Tacke, Deno. Oh. Oh. Mit dem ersten Mal? Leon ist zu schnell losgefahren. Hä? Ich dachte, Kaspar wäre schneller gewesen, Digga. Ich hab dich bei mir gar nicht getroffen, Digga. Da musst du die Augen aufmachen. Pass auf, Digga. Ich hab jetzt ganz andere Sachen vor. Guck dir mal bitte schön mein Petto hier an, Digga. Oh. Alter. Einfach ne Masch. Ich komm. Alter, was ist denn das für ein Nostalgiegerät? Oder das Ding hier. Oh, Alter, dann willst du es aber auch wissen. Oder war doch was? Haben wir denn noch so am Start? Jungs, wisst ihr eigentlich, wie pervers sich das anhört? Aber ist cool, Digga. Wir werden euch jetzt mal da runterholen. Ich kann dir auch mal zeigen, was jetzt cool ist. Ja, wollen wir mal gucken, Digga. Na, komm. Was ist das? Was war das denn, Digga? Was soll ich denn fressen, Digga? Alter. Ob Leon nicht. Ich hab dich doch getroffen, ohne. Jetzt, 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 schnell schieß, 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 schieß. Schieß, schieß, treff ihn. Treff ihn. Nein. Nein, nicht mit dem Minigun, Digga. Oh. Mano. Okay, Broxo, los. Schieß ihn ab. Spatz. Komm, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Ja, was denn? Waffe wechseln. Waffe wechseln. Kasper, ich rette dich. Oh nein. Was? Er hat mir den Kopf rasiert. Er hat mir den Kopf rasiert. Digga, du hast einfach keine Haare mehr. Ja, aber. Oh, wo hast du ihn getroffen? Wo ist er? Er hat mich getroffen, aber ich bin nicht runtergefallen. Wie du nicht schrien hast. Oh, er kommt wieder. Bats. Bats. Nein. Wen nehme ich mir von euch? Kasper. Oh, Alter. Du hast mich geschehen. Du Spielzeug. Du Ehrenmann. Wo ist er? Wo ist er? Alter. Denum. 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 Loll, er ist doof. Er ist dumm. Er ist dumm. Er ist dumm. Ich habe ihn angeschossen. Nein, 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 nein. Ich habe ihn auch einmal gehetet. Ich habe ihn auch einmal gehetet. Oh, nein. Ich brauche den Druck, Digga. Ich brauche den Druck. Ich brauche den Druck. Ich brauche den Druck. So, Leute. Wir haben Montes Lambo jetzt auch am Start. Montes tut mir leid, Digga. Aber wir werden dich durchziehen jetzt. So. Jetzt geht los, Digga. Bats. Montes. Bats. Kaspar. Oh. No. Au. Ach, was denn los? Ja. Denno. Jetzt wirst du noch mal geholt in ein paar Sekunden. Ich habe Hunger. Ich werde dich jetzt fressen, Denno. So, Kaspar. Mehr muss ich nicht sagen. Bist du bereit, Denno zu holen? Drei. Zwei. Eins. Go. Ja. Ja. Er schießt, er schießt. Ja, Kaspar. Du bist ja schon viel zu früh losgefahren. Auf Denno. Oh. Oh. Alter, Alter, Alter. Okay, okay, okay. Wir fahren wieder weg. Wir fahren wieder weg. Kaspar. Ganz locker. Ey. Ja. Was für Anlauf, Digga. Komm doch, Kaspar. Ja, komm doch, Junge. Ey, ich stehe hier auf meinen Tank. Guck mal, was ich hier noch so für Waffen haben kann. Pass auf. Denno, komm doch. Oh Mann. Pass auf, Digga. Ja, was ist denn los? Pass auf. Was hast du da noch? Oh. Nein. Ich hole dir erstmal die Karre, Digga. Ja, kein Problem. Ich dachte, das sind das heftige Markierungen hier, Alter. So. Ja, Leon, komm mal her, hier, mein Lauf. Jetzt habe ich meine Geheimtaktik am Start. Ey. Wow. Wow, ich habe nur Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ja. Wow. Yo, Free Sixties. Ich habe kein Leben mehr, Leon, Digga. Das kriegen wir hin, mein Lauf. Nein. Nein, 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 nein. Ich mache hier den Geheimtaktik. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich brauche Snacks. Nein. Ich brauche Snacks. So. Die Geheimtaktik. Die Geheimtaktik. Die Geheimtaktik. Oh nein. Ach Gott. Leute, Alter. Probiert es doch, Digga. Wo seid ihr denn? Rockstuhl, pass auf. Ich nehme jetzt hier mal einen anderen Flitzer. Attacke. So, was war das? Attacke. Oh Mann, ey. Es geht doch nicht. Das Auto ist einfach nicht, Leute. Das Auto ist einfach nicht gut. Ich habe jetzt das Problem gefunden. Das Auto ist einfach nicht gut. Mach das. Du machst das Ding jetzt ready, fertig. Kaspar, C4 auf dem Weg, mein Bester. Du hast doch nicht C4. Was? Na, das wird doch gleich ständig. Kaspar, du bist da oben. Kaspar. Nein. Kaspar ist da oben. Ja. Nein, Kaspar. Also, du willst die Tour, Digga. Kaspar. Das, wenn du es nicht geschafft hast. Ja. Bro. Oh, Broxo. Nein. DENU, komm doch. Hahaha. Wir haben hier oben gehe. Wir gehen das Ding hier ganz entspannt an. Waffen am Start. Digga, entspannt, gehst du das Ding gar nicht heute an. DENU, DENU, DENU. Oh, Alter. Oh mein, du Schatz, Digga. Mit der Aimung noch, du safest uns auch. Und jetzt, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, BAP. Ich schieß drauf, ich schieß drauf. Schieß Platten, schieß Platten. Ja, was denn, Digga. BAP. Schieß ihm Platten. BAP. Ich hab gleich mal Geld in. Mann, ich hab echt kein Aiming, Kaspar. Oh, come on, Bro. So, komm. DENU, trau dich. Trau dich, DENU. BAP. Let's go. Oh, Mann, ey. Oh, Nix da, Digga. Und, pass mal auf, wie es jetzt abgeht. Oh. Oh, Alter, Schwede, Mann. Alter, ausgewichen wie Ninja, Bro. Alter, ich bin richtiger Ninja gewesen. So, jetzt aber. Das war der Affenmodus, Digga. Und jetzt aber. Der war übel. Uff, Digga, wo fährt er hin? Wo fährt er hin? So, Weg zieht mal durch. DENU, NOS. Gehen auch ganz entspannt jetzt. Und hoch da, komm. Letzt. BAT. Och, Mann, das kann mir nicht angehen, dass mein Aiming so doof ist. Bro, was ist denn? Oh, Alter. Und jetzt so Luftaufkneiden, Luftaufkneiden. Alter, was? Ich hab ihn rausgeschlagen. Ja. Ich schnapp jetzt die goldene 3 Milliarden Dollar Karre. Okay, Brox, du sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich fahr noch nicht los. Ich bin los, Digga. Ich fahr noch nicht los, Brox. Ich bin los. Ich fahr noch nicht los. Ich fahr los. Ich fahr los. Ach, du bist auch schon losgefahren. Ja, ja. Danno. Oh, schön, Kaspar, schön. Na, Digga? Okay. Soll ich dir mal ein bisschen gönnen, mein Messer? Das war eklig. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Hä? Wow! Was? Was? Alter, was? Alter, was? Alter, scheinbar Götter unterwegs. Ja, ja, ja. Nein. Nein, nein, nein. Ja, was denn, Digga? Oh, Mann. Ich räche dich, Kaspar. Ich räche... Alter! Dein Leiche liegt hier. Warte. Warte. Ich muss da die Leiche holen. Ich hab ihn clean rausgeschwollt, den Geharrgut. Ich hab ihn rausgeschwollt, den Geharrgut hast. Ey, was machst du? Das ist... Ey, was machst du denn? Au! Boah, ich hab ihn gehittet. Au, au, au. Oh, oh. Attacke! Oh! Oh, das war sehr, sehr knapp, Leute. Was für ein cleaner Backflip, alter. Haha. So, ich hab jetzt ne Geheimwaffe am Start, Denno. Was für ne Geheimwaffe. Ja, 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 ja. Das beinhaltet ein Ehering da dran. Oh, ich weiß, welche es ist. Es ist das Spielzeug. Es ist das Kämpfer-Spielzeug. Nein, was für ein Spielzeug. Es ist das Spielzeug. Es ist das Spielzeug. Oh! Dicker, war das close! Oh! Alter, 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 alter. Ich hab ihn noch die Arten, Digga, mit C4. Ne, ne, ne. Das war, das war eine Granate. So. Passt mal auf, Milion. Passt mal auf. So, gut, ich fang gerade aus. Aber dann lenken wir, Digga. Wir versuchen, die eine C4-Ladung ans Auto zu heften, mein Bester. Guck mal hier. Was wird jetzt ekelhaft? Kralate! Nein! Oh! Nein, das kann doch nicht angehen, Leute. Die Explosivgötter. Na, wo bist du denn? Puh, so knapp. Ich werde dir das ein schönes Pack an deine Karre ranlegen. Ach ja? Irgendwieder kriegst du mich so, oder du kriegst das Pack dran. Okay, okay, okay. Das können wir gerne machen, Denno. Denno, film mal Paypal, wenn du runterspringst. Nee, Dicker. Komm her. Ich werde dir sowas von ran zenten an die Karre. Ich werde dir sowas von ran zenten an die Karre. Ich werde dir sowas von ran zenten an die Karre. Schütt mal die Haftbombe ab. Da! Oh! Was wird? Da! Oh, die fliegt doch! Die fliegt doch! Mist! Oh, Digga, wie knapp war das denn, Digga? Mann! Kann ich angehen, dass ich dich hole. Oh, Spaß, Digga! Oh, was? Das kannst du... Das sind da nicht gekült, Digga. Nein! Oh mein Gott! Nein! Okay, Denno. Okay, du willst es also auf diese Tour. Trau dich bloß dir auf die... Mist. Mein Kanister ist leer. Dafür, dass du mich eben rausgesnipet hast, Denno. Ich will nicht zu viel callen. Ich call viel. Ja? Ich call viel. Ich weiß das selber. Aber, ich werd dich jetzt... Du wirst es diese Runde nicht schaffen, mich runterzustoßen. Proost Neuze an! Weil du ein kleiner Loser bist! Weil du... Prost Neuze! Prost Neuze! Du erstmal warm, Leute! So... Pass auf! Wir nehmen mal hier! Ja, ich schieß schon drauf, ich schieß drauf! Ich schieß drauf! Ich schieß darauf! Wir haben hier die Deckung... Ich hab mir die Deckung, Leute! Das Handy auf! Mein Handy ist aufgegangen! Schieß drauf! Ich schieß schon drauf, ich schieß drauf! Ich habe ne Feuer Sniper, ne? Hä? Zeig mal! Das Drachending... Äh! Ah lol! Das ist ja krass so aus! da. Guck dir das Ding an, hier. Heftiges Teil, oder? So, denno. Oh, dich doch, denno. Ja, er hat's auf mich abgesehen. Er hat's auf mich abgesehen. Oh nein, 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 denno. Ich glaub, ich hab' nen Platten gedrückt. Okay, pass auf, das heißt es schnell snipen. Ich glaub, ich hab' nen Platten gedrückt, oder? Oh, ich hab' nen Ich hab so gechokt, ich hab so gechokt, ne, Keine Überraschung für dich, Keine Überraschung Digga, da packen die die jetzt aus. So Jungs, und drüber, oh, Alter, Kasper, ich lebe! Was? 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 Ich lebe und steig ein. Kasper, ich bin tot, Endo, ich bin tot. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Boxto, ich komm hoch, ich komm hoch. Ich snipe ihn, ich snipe ihn. Das bin ich, Boxto. Wow! Ich glaub, ich nehm jetzt hier mal so ein blaues Auto, ne, weil blau wird nur das Auge von Denno sein. Ja, deswegen das blaue Auto jetzt aufgenommen. Okay, dann nehm ich auch das. Ey, ich nehm auch das blaue Auto, dann weiß ich ja nicht, wer wer ist. Denno! Danno! Digga, das war ganz schön close, mein Bester. Okay, 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 wir machen kurz ein 360, Digga, alles entspannt. Okay, denno, bist du bereit? Oh, ich muss nicht schießen, Bro. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, ich hab' ihm so die Ehre genommen, Digga, der Plot. Ich hab's nicht gesehen, aber war eh für mich. Du hast ja noch nie so was heftiges gemacht. Ich bin einfach rum eingeparkt, Digga. Oh. So, Max, Digga, bist du ready, dass wir gleichzeitig losfahren, oder was? Ey, wir müssen gleichzeitig. Ich warte hinter der Wand. Ich auch, Digga, ich bin ready. Komm, komm, wir machen erst mal. Okay, Kaspar, pass auf, ich nehm hinter uns. Attacke! Und? Sie kommen, Vorsicht! Das Ding ist, die können uns halt so leicht... Da war's denn. Die gucken beide auf mich, Max! Wow! Max, ja! Ja! Digga, wie Kaspar einfach runterfliegt, Alter. Ihr seid ja so schlecht, Alter. Ihr seid ja so schlecht. So, guck mal, hier, komm. Auf Denno! Oh, Baby! Oh mein Gott, das hat mich grad... Oh, Denno! Los, schieß ihn ab, schieß ihn ab! Denno! Ach, Digga, da kannst du nix mehr machen. Hihihi! Ja! Aber die Monster Trucks sind halt schon kacke. Ja, Digga, das Ding ist, was ihr vergessen habt... Digga, wie geht's? Ja, safe. Aber was ihr vergessen habt, Digga, ich bin... Ich will nix callen oder so, ja? Ich will überhaupt nix callen. Aber ich bin zufälligerweise Monster Truck Master. Aha! Aha! Und ich spring da jetzt gleich rauf. Weißt du, was wir einfach machen, was die einfach nicht gecheckt haben? Wir können auch Blatt schießen. Ja, esst du, das machen wir jetzt auch, Digga. Die Reifen sind so groß. Denno, wieso sind wir da nicht drauf gekommen? So, Digga, warum machst du eigentlich nen Bademantel an? Ach, so'n Ding ist das. Digga, weil ich einfach der Don bin. Ach, der Don, Digga. Du geh einfach Haare, der Kombinationsboss, Digga. Haare, selbe Farbe. Junge, ich werd' euch holen, Alter! Ich bin unterwegs, Kaspar, mach dich fertig jetzt! Wir machen die Scheren-Taktik. Wir machen die Scheren-Taktik. Okay, okay, okay. Aber ey, wir müssen auf die unterschiedliche Richtung achten. Ja, ich guck da vorne, ich guck... Genau, du guckst recht zu links. Let's go, Digga! Fett rein, Junge! Hä? Man kann gar nicht so leicht nen Platten schießen. Digga, er trifft halt einfach nicht mal die Rampe. Hilfe! Oh! Ja, jetzt, Alter, wo weitergeht, müssen wir uns allein von der Zeit her schon gar keine Gedanken machen. Ja, ne? Ah, ja. So, hier im Flappen geschossen. Ich guck mal nicht so. Okay, ich würd' sagen, rein scheppern, oder? Ja, ja. Let's Fetts, Digga. Und jetzt machen wir. Ja, Max, die können gar nix, Digga. Ordentlich Gas, Digga. Achtung, einer links, einer rechts. Oh! Oh! Er fliegt drüber. Und der hier. Wie können die da drauf landen? Wie können die da drauf landen, Digga? Ja, Frieden, ich komm nicht mal drauf. Digga, sind das Bummis, Max? Ich glaub, ich hab ihm Platten geschossen. So, hier, da vorne, komm. Wie machst du denn bitte einen Platten geschossen? Oh nein, ich hab einen Platten. Digga, das ist ein Monster Truck. Ich hol mir direkt einen neuen. Oh, pass auf, Max, andere Seite. Oh! Ich hol mir jetzt erstmal die neuen. Nein! Nein, 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 nein! Was geht denn? Aha! Gar nix hol ich mir! Ich hab auch keinen Platten, Jungs! Oh! Max! Zieh ihn aus dem Auto! Oh! Oh! Hey! Max! Aua! Jawoll! Sehr schön! Und da werd ich mir die beiden nochmal kurz wegschmachen, Digga! Oh! Haut rein! Ja, richtig! Oh, Digga, das war Nummer... Oh, nein! Oh, nein! Und Nummer doch das! Ich habe eure Seelen genommen! Was? Digga, ich drück' euch jetzt nur noch Noscope, Jungs. Digga, du triffst Noscope nicht mal Mount Chiliad. Oh, okay! Okay, Digga, dann bist du der allererste, der ist gleich Noscope. Ja, du musst ihn mit der Basie zusammenschlagen. Das wär halt einfach die absolute Ehre, die du ihm nimmst. Nee, Digga, ich drück' dem jetzt einfach Noscope. Wie sieht's bei dir aus? Ready? Ich bin ready, der. Drei, zwei, eins, let's go! Aber der richtig saftige Angriff ist hier. Welcher ist denn welcher? Wer ist das hier? prisoners Bis. Nein, es ist Max schon. Ey, nein, Max! Du hast mich runtergekickt. Das war kind noch knapp! Leon kommt! Du hast mich runtergekickt. Wir müssen einfach gleichzeitig von einer Seite, Digga. Bist du bereit? Ja, okay, komm! Oh, ich kann keinen Heuben rufen! Fahr los, Digga! Du rechtsrampe! Pass auf, wir teilen uns auf! Okay! T T. Und tschüssi! Digga, nicht schlecht! Nein! Das läuft ja wieder richtig, Jungs! Hey! Nein, ich bin runtergefallen! Der Endoscoper! Max, hol ihn hier! Nächster! Max, mein bester! Max! Nein, er will ihn dies! Er will dies machen, er wird mich so tot fangen! Jaaa! Okay, ich habe am längsten überlebt. Finde ich gut, finde ich gut. So Leute, jetzt nix drunne und jetzt Brocks, wir müssen jetzt Hobbs nehmen, ehrlich. Die werden jetzt so rausgekommen, ich sag's dir. Ich mache jetzt auf Undercover, Digga. Ich habe einen Geheimtrick. Komm Max, wir machen das jetzt so, Digga. Wir no-scopen jetzt den No-scoper. Ach, nix no-scope, Digga. 10er Paypal, wenn ihr es schafft. 10er Paypal! Oha, Digga. Okay, Kaspar, wie sieht's aus, Digga? Ich bin schon on the go. Sehr gut. Sehr gut. Ah, da machen wir erstmal entspannte Basis, Digga. Er hat mich halt, das Ding ist, er hat mich berührt. Aber, kein Problem. Weck da Denno, ich versuche eine andere Taktik. Er fährt rückwärts, Digga. Ich versuche eine andere Taktik. Ich versuche eine andere Taktik. Ich bin nicht so schnell, ich bin nicht ganz so schnell. Der ist schnell holen, Alter. Komm, komm, komm. Ich habe Angst, Digga. Ich habe Angst, Digga, ich rieche die Angst. Und wir ziehen mal ein bisschen Ohr, Junge. Das war schon knapp hier mit der Explosionskiste, ne? Oh, Denno, angeschossen. Oh, Junge, ich bin ja fast nett. Der Stiel Kasper kommt von deiner Seite. Max, oh! Nein! Der Elefrand, Digga. Ich habe ihn angeschossen. Oh! Nein! Nein, 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 nein! Easy, Digga. Da fallen sie. Er landet einfach auf mir drauf. Max sie raus, Digga. Oh, nee, ne? Das war der easy Trick hier. Nein! Hör auf! Was machst du da, Digga? Digga, sie sind einfach totgeschlangen. Das war Digga, du bist auch wieder ein Genie, Alter. Ich wollte die Boxen, Digga. Der ist ein Truck, du? So, danke für den Truck, Bro. Warte mal, jetzt kann ich doch eigentlich runtergehen und ich habe ein Gewehr und er nicht. dann kann ich ihn da unten killen. Digga, nee. Nein, wenn du runter gehst, stirbt er automatisch. Echt? Ja. Jetzt kann er sich rechnen von den ganzen Rennen. Mach nicht, diesen habe ich gesagt. Oh, Rudi. Da ist er weg, ne? Max! Was machst du da? Ja, komm, komm, komm. Mach mal auf, Junge, da brauche ich nicht mal die... Er ist ein Trippler. Er will unbedingt an mein Auto ran, Digga. Ja! Nein! Das ist richtig. Netter Versuch. Oh, Mann. Ich schnapp mir jetzt hier den mittleren Monster Truck. Der wird es nämlich sein. Wir arbeiten hier mit diesen schönen Tanks, Digga. Wir müssen mit den Tanks arbeiten. So, Max, bist du ready oder was? Pass auf, geh du. Versuch auf der. Ich geh auf diese Seite hier. Oh, der kommt schon. Max, kommt schon. Ready! Gar keine Gedanken bei den Bummis. Ready, set, go! Er ist drauf, Digga. Oh! Nein! Er ist drauf, er ist drauf. Vorsicht, vorsicht. Max, schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Snipey, Digga. Du kannst losgucken, du kannst losgucken. Ach so. Ach! Oh! Baby! Da haben wir ihn raus, Digga. Da ist er raus, Digga. Nein! Eins gegen eins, Alter. Oh mein Gott, Prox, komm. One-we-one. Er hat jetzt ein Auto, ne? Das ist mein Vorteil, Digga. Das ist mein Vorteil. Ich sag's dir. Hier. Mein Vorteil. Äh! Wir sind drin, Digga. Jawoll, okay, okay. Ich muss das Autos helfen, Digga. Jeder Fels verlierst du, ne? Ja. Ey! Gucken mal, Digga. Es ist sogar noch leichter jetzt mit Monster Truck für dich, weil du kannst easy ja oben drauf landen. Eben, Digga, weil ich da so eine Stoßstange... Irgend so. So, Denno. Jetzt nehme ich mal die linke Rampe. Die ist besser. Die ist nämlich aus dem Grund besser! Oh, Denno! Oh, ne, Digga. Oh, Denno! Oh, Denno! Schön! Junge, mach nicht die! Und Rückwärtsgang hoch! Hab ich gar nicht gesehen! Oh! Guck mal eins! Okay, es ist schon wieder ausgeglichen, Alter. Unglaublich! So, Kaspar, Herr, wo bist du? Okay, Kaspar, let's fetch! Okay, let's go, let's go! Er kommt, er kommt. Guck mal! Jetzt, Digga, Brocks macht den, Digga! Oh! Oh, Digga! Oh! Oh, Digga! Voll abgekillt! Einfach Heady gedrückt, Digga! Setz deine Sonnenbrille ab, du Noob! Ja! Oh, nein! Oh, mein Gott! Oh! Ich hab das geschafft! Bei mir bist du ohne runter! Haha! Komm! Nice, 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 nice! Schieß ihn ab, schieß ihn ab! Ich hab Denno, hab ich so hops genommen, Digga! Tank zerstört, aber wie? Nein, ich hab ihn einfach Heady gedrückt! Oh mein Gott, krass! Durch seine Sonnenbrille durch! Jungs, jetzt habt ihr verkackt! Jungs, jetzt habt ihr verkackt! Pass mal, Digga! Das will ich sehen, Digga, das will ich sehen! Ich muss mir nur kurz zu meinem Truck holen! Jetzt zieh ich aus dem Auto raus, Digga! So, Kaspar, jetzt will ich was sehen, Junge! Okay, jetzt geht los, geht los! Der Snipe ist einfach auch raus! Ich hab ihn getroffen! Sehr gut! Er fährt! Oh! Nein! Oh, Alter, wird von mir kurz runtergefallen, Alter! Nein! Ich hab ihn getroffen! Oh Gott, der kommt! Ja! Nein! Der landet nie! Oh! 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 Nein! Oh, Max! Unten, unten! Leon ist unten! unglaublich undöllse Matte. Oh! Boaah! Alter, war das knapp! Das war richtig knapp! Okay, Max, was machst du denn da! Warte, 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 Bro! Warte, warte, Bro! Warte! Was macht die FinanzUNDung, wenn ich jetzt anhörte? Oha, das war's schon. der container geflogen so und man kann sich kurzzeit und nicht bewegen wenn die kriegen wir sie runter zu feiern mags mein bester da ist er nicht los nein das war unerwartet jetzt unten、 jetzt unten、 jetzt unten、 jetzt unten、 jetzt unten、 nein、 Aua! er hat nen Hit, oh Junge wir haben ihn gehittet ihr seid zu schlecht, ihr seid zu schlecht nein der ist ein Monster Truck voll im Weg jetzt okay, Aua! erst one shot, komm, den O, oh man, ja, jetzt unten, jetzt unten, nein, nein Komm schon! Ey! Digga, wie kann das sein?! Brudi, Alter, wir müssen ihn rausholen, Digga! Wir müssen ihn rausholen, komm! Konzentrieren! Verwirrungstaktik, Albanien! Was ist jetzt? Nein! Easy going! Irre genommen! Okay, es geht los, Digga! Oh, ich hab Kasper angesnipet! Ich hab Kasper angesnipet! Und nochmal angesnipet! Sie kommen, sie kommen! Wow! Alter! Oh, aber er hängt, er hängt! Er hängt! Nein! Der macht einfach Wheelie! Nein! Da sind wir drauf, Digga! Nein! Was ist da los, Digga? Oh, schnell! Der Tank, der Tank! Nein! Bitte nicht Kasper, bitte nicht Kasper! Bist du bereit, Digga? Wir fahren los, zusammen! Digga, die Jungs nehmen wir raus jetzt! Ey, pass auf! Ey, Mann, ey! Jawoll, Digga! Nein! Leon, mein Beste! Ah, er will runter! Nein! Ich bin wieder hintergefallen! Digga, Leon hat mich weggebracht! Was ein Noob! Nein, nein, nein! Oh, Max! Kasper! Ich hab einen getroffen! Ich hab die Safety-Rolle gemacht! Oh! Er ist gegen Ziggy-Fach! Safety-Rolle! Kann nicht sein, ey! Ja, die halbe Zeit haben... Komm, Denno, los! Warte, Kasper, warte! Wir müssen zusammenfahren! Okay, Max, jetzt müssen wir auf Denno, Digga! Let's go! Okay, Digga, let's fetz! Ich hab die Todesrolle hingelegt! Ich hab ihn angesniped, angesniped! Oh, Junge! Achtung, jemand kommt! Nochmal! Kasper! Klär das! Denno geholt, Digga! Und Kasper ist hier unten! Oh, Kasper, du musst auch mal drauf landen! Komm, Digga! Ja, ich versuch's! So, jetzt, Max, Digga! Jetzt kriegen wir den aber sowas von! Das wird ein mieses, mieses, mieses Game jetzt! Hä? 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 Ja, Kasper, Digga! Ja, Kasper, Digga! Geh, geh! Ja, dann würde ich sagen, wir hier Ende, oder was! Oh, Max, Digga! Oh, Max, Digga, pass auf! Ja, komm, lauf doch mal hier drunter, lauf doch mal hier drunter! Wir haben oben Autos, aber wir auch! Ja, ja, das Problem ist, wir haben halt auch hier, ne? Man muss sich gegenseitig runterschießen! Ja, musst du aufpassen, okay! Ey, man darf nicht direkt abschießen! Lauf doch, Jungs! Habt ihr keine Eier, oder was? Lauf doch! Lauf du doch! Los, lauf du doch! Soll ich echt? Ja! Okay, jetzt lauf ich! Jetzt lauf ich! Nein! Oh! 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 Ich hab überlebt! Max, ich hab die Maske an, ich hab überlebt! Warte, warte, guck mal, einer ist schon voll weit vorne! Pass auf, einer ist schon voll weit vorne! Stimmt, stimmt, stimmt! Lass mal den Bus da oben runterknallen! Der Bus bringt gar nichts! Der Bus bringt gar nichts! Der Bus bringt gar nichts! Der Bus ist ja voll lost, Alter! Ey, die dürfen nicht vor unserem Ziel sein! So, erst mal hier ganz kurz ne Cola holen, Digga! Wir müssen die Lawine richtig nutzen! Wir müssen die Lawine richtig nutzen! Stimmt! Stimmt, stimmt, stimmt! Okay, jetzt wird's komisch, Digga! Okay, lass mal! Wir machen Tricks! Lauf! Lauf aber schnell durch! Ja, los, sehr gut! Weiter, weiter, weiter! Jetzt, jetzt, jetzt! Da hab ich nie getreut, Digga! Kein Problem! Mann, Mann! Okay, okay, okay! Du bist ja schon durch! Hä? Ja, warte, dann können wir aus zwei Winkeln schießen! Stimmt! Wir können dann jetzt aus zwei Winkeln! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, Neno! Jetzt, Neno! Nein, ey! Das war ja so knapp gerade! Ja, Kaspar fällt, oder? Oh mein Gott! Kaspar ist fast runtergefallen, Max! Der ist schon so knapp, Digga! Er sprint durch, er sprint durch! Na, was macht ihr? Okay! Los, Jungs! Habt ihr Angst, oder was? Lauf, Max! Wir laufen, komm! Komm, Max! Wir sind schon ganz weit! Ich lauf durch! Max, wir sind schon ganz weit gelaufen! Ganz weit weg! Ey, die haben den jetzt schon angeschossen! Die haben den Garten jetzt schon angeschossen! Ja, das ist ja wild! Ich warte hier am Tag! Was für Dullis! Wir sind ganz weit weg schon, Max! Wir sind ganz weit weg schon! Fast am Ziel! Ja, ja, ja! Ich hab den schon angeschossen! Okay, pass auf! Ich hab ne folgende Idee! Gernot, komm mal her, hier! Ich schieße den Schell kaputt! Vorsicht! Der tankt! Yeah! Oh mein Gott! Ein Doppelkill! Ich hab einen Doppelkill mit dem Funk gewonnen! Ey, was? Oh, habt ihr gedacht, ne? Los, Jungs! Ja, lauf mal, Digga! Oh, da kommt der LKW! Oh mein Gott! Kein Problem! Oh mein Gott, was? Digga! Ich bin einfach aus Stahl, Max! Kein Problem! Ja, ich merk schon, jeder Runde wird ja von nem Bulldozer! Ja, wir ziehen, wir ziehen! Der Bus ist so unnötig, ne? Pass auf, pass auf! Genau in die Mitte! Lauf, 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 lauf! Ja, jetzt haben wir beide Positionen entspannen! Ah, scheiße! Nein! Schlau-Tactics, du mal! Schlau-Tactics! So, jetzt hier, aus dem Weg hier! Oh! Oh, ja! Sehr gut, Jungs! Wichtig, wichtig, wichtig! Hier, wichtiger Point wieder! Er zieht durch, Digga! Mach der auf ernst! So, komm, Max! Okay, okay! Kaspar! Pass auf, pass auf! Als nächstes kommt dieser Gastank! Als nächstes kommt der Gastank, Bro! Ja! Ja! Pass auf, ich geh jetzt! Wir sind schon richtig weit, Max, Digga! Wir sind schon richtig weit! Ja, pass auf! Der Gastank hat aber mega die Range, Alter! Ich hab voll Angst da! Ja, da muss man echt vorsichtig sein, Digga! Okay, okay, okay! Also, wir dürfen auch nicht den selber abschießen, ne? Ne, ne! Jungs, lauf doch! Lauf doch jetzt! Lauf doch selber! Lauf doch! Ich hab Angst, Digga, oder was? Lauf doch selber! Ich würd sagen, zieh mal durch jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jawoll! Wir sind durch, Digga, wir sind durch! Was? Ihr habt nicht aufgepasst, Digga! Nein! Ihr habt nicht aufgepasst, Digga! Hey, Digga, ich war grad am Baiten! Was soll denn das jetzt? Ist so! Oh, oh! Pass auf, er läuft vorbei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ah! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Das war so knapp, Digga! Ich hab so nur HP gehabt, Alter! Digga! Das war so knapp! Oh, Max, ich bin vorbei! Ich bin vorbei! Ich bin vorbei! Ja, und er zerstört! Er zerstört! Nein! Hey, der zerstört nicht hier, der Tank! Ja! Der hat doch eben schon gebrannt! Okay, Kaspar! Okay, Kaspar! Das wird jetzt ärgerlich, natürlich! Aber, pass auf, Kaspar! Ich leck alles auf mich! Los! Ich lauf durch! Ich lauf durch jetzt! Warte, warte! Warte! Jetzt! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Los! Ja! Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Truck ist beseitigt! Wir können jetzt erstmal durchziehen, Kaspar! Hier ist alles entspannt! Kaspar, trau dich doch! Ich hab sie getrollt! Der steht da noch! Sehr gut! Sehr gut! Digga! Digga, ihr habt da schon zehnmal drauf geschossen! Da waren schon zehn Löcher drin, Digga! Jetzt lauf! Kaputt! Wenn du daneben stehst! Weiter, Digga! Ich darf nicht eigenen Tank kaputt schießen! Kaspar, ich setz die Jungs mal unter Druck, ne? Ich denk mal, ich bin schon ziemlich weit, würd ich sagen! Ach stimmt! Und durchziehen! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Jetzt! Und! Und! Jawoll! Kaspar, Digga! Ja! Das kann nicht sein, Digga! Als wären die Augen gemacht, Mann! Richtig gut! Digga! So, er wollte durchlaufen! Nicht mit mir! Jetzt mal ne Marathon! Ey, Max! Denno läuft voll durch! Digga, wir ziehen! Rächt mich, Bro! Zieh einfach komplett durch! Oh mein Gott! Kopfsprung, Kopfsprung! Komm durchziehen! Okay! Probiert's ruhig! Probiert's! Wir legen euch erstmal ein paar Trucks im Weg! Oha, Digga! Kaspar, ich werde dich rächen! Mach das bitte, Digga! Wichtig! Digga, lass die dich so dreckig! Ich hab gecampt! Einmal in der Ruhe! Oh! Oh! Ey, ich bin fast runtergefallen! Hey, Digga! Wir kommen mal in den hinten hoch! Ach, hier! Vorsicht da! Sehr gut! Denno, du spielst nur sehr souverät, Digga! Sehr gut! Okay, okay! Ich lauf ja auch gerade! Lauf, lauf! Die sind noch ganz andere als Beschäftigte! Jetzt! 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 Das war's! Zieh hoch! Zieh hoch! Oder schiehst du nochmal runter! Der kann doch oben rennen, Max! Schnell! Wir müssen durchziehen! Los! Renn hoch! Renn hoch! Digga, wie kommt man denn hier vorbei? Die sind beim Baum! Die sind beim Baumstamm, glaube ich! Die können hier gar nicht vorbei, Digga jetzt! Die sind nicht bei... Digga, warte! Ich versuch den mal zu fahren! Geh hoch! Geh hoch! Du holst die weg! Digga, man kann hier nicht vorbeilaufen! Das geht nicht! Moment mal, wir müssen hier rüberspringen, glaube ich! Ja, sehr gut! Max, bitte glaub an mich! Nein, nein! Du musst hier auf den blanken! Du musst hier auf den blanken! Lass auf da oben mit den Röhren, Digga! Oh mein Gott! Okay, warte, ich mach das auch! Max, ich mach das auch! Oh mein Gott, die Minigun! Alter! Das klappt jetzt bei dir! Oh mein Gott! Was ist das denn? Nee, das klappt jetzt nicht bei dir! Oh mein Gott! Nee, das klappt jetzt nicht bei dir! Nee, das klappt jetzt nicht bei dir! Okay, los! Okay, schnell auf, Max! Ja, Deli! Attacke! Attacke! Max, lauf! Los! Max, lauf! Max, lauf! So schnell wie du kannst! Schlechtest der Pilot der Welt! Schieß, schieß, schieß! Oh mein Gott! Pass auf doch mal! Ich bin ruhig, pass ruhig! Oh nee! Kann ja nicht mal geradeaus fliegen, der Bummi, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Baumstamm! Ah, Leute! Kein Ding, kein Ding, der Baumstamm! Ja, mach ruhig, Delo! Du schaffst es easy! Pass auf, hier ist Gastank! Jetzt, 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 jetzt! Oh nein! Oh nein! Alter, Junge! Netter Vers, Junge! Ey, kurz machen, Junge! So! So kurz! Er war so schwer zu fliegen! Mann! Max, das hab ich im Blick! Ich hab das im Blick! Hast du das im Blick? Ja, ja, auf jeden Fall! Okay, die gammeln wieder, Digga! Die machen wieder die Schimmler-Tabrik! Lauf, Max, lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nice, 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 nice! Ja, ich hab ihn los! Nein! Ja, ich hab ihn! Ja, ich hab ihn! Oh mein Gott, nein! Einer weniger! So, Max, das sind auch wir beide am Leben! Sehr, sehr wichtig! Sehr, sehr wichtig! Ey, das kann doch nicht sein! Neu! Ey, ihr seid doch solche Schweine, Alter! Digga, ihr seid solche Schimmler, Digga! So unehren! Oh mein Gott! Digga, beide am Schimmeln! Komm doch! Ach man, Broxo, ich weiß ja nicht, ne? Aber du bist echt immer ätzend unterwegs! Ah! Digga, nein! Jedes Mal! Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg! Ja! Oh mein Gott! Was? Wir sind immer im Game! Oh mein Gott! Er zieht durch, er zieht durch! Ja, er soll mal durchziehen! So! Geh mal da vorbei, mein Bester! Ich hab dich nicht auch gesehen, wie die Welt... Ne, läuft! Der läuft! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Oh mein Gott! Zieh durch! Zieh durch! Schieß die alle runter, die Muldenkipper! Natürlich! Dann hat er keine Chance, da vorbeizukommen! Latt nach den Aal hier! Schieß runter, die Muldenkipper! So'n Ding also! So'n Ding! Okay, okay, okay! Jetzt, jetzt, jetzt! Du schaffst das! Du bist der Erste! Oh, unnormal spannendes One-on-One, Alter! So! Okay! Lauf, 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 lauf! Wie kommst du da jetzt vorbei, Digga? Hinten! Korrekt, Digga! Dankeschön, Denno! Danke! Nicht gut! Gar nicht gut! Sehr gut, Bro! Dankeschön! Vielen Dank! Oh mein Gott! Das war so knapp, Digga! Du bist so krank und am X, Bro! Alter, Junge! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ah! So'n Ding ist das! Lass das Teil mal da liegen! Ah! Er hat's! Er hat's! Sie durch! Sie durch! Sie durch! Sehr gut, Digga! Sehr gut! Nein, Arne! Er zieht durch! Er zieht durch! Schieß oben! Schieß oben! Schieß oben! Schieß oben drauf! Auf die Rampe oben drauf! Auf die Rampe da oben! Aufs Auto! Ja! Los! Was wolltest du grad machen, Denno? Was wolltest du grad machen? Digga, ey Brox, nimm dir die Sniper! Nimm dir die Sniper! Digga, ich mach den hier jetzt, Alter! Nein! Schieß! Lauf! 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 Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Röhren! Die Röhren kommen! Die Röhren kommen! Schöne ausweichen! Die Röhren kommen! Oh, auf ihn, rauch! Du musst nach oben, du musst nach oben. Ja, alles gut, alles gut, spring, spring, spring! Leute, Leute! Komm! Nein! Nein, 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 nein! Nicht auf mich, rauch! Nicht auf mich, rauch! Ich steh' ich nicht ab! Oh Gott! Und jetzt weg da! Weg da jetzt! Lauf hoch! Lauf hoch! Los! Schieß, schieß, schieß! Schieß ihn ab! Ich häng' fest! Ich häng' fest mit dem Ding! Ich schieß' mal noch mal! Es kommt! Nein! Nein! Drei, drei, drei! Es war knapp! So, drei, drei! Jetzt kommt die im Finale, entscheidende Runde! So, Leute, jetzt geht's um alles! Finale 3 zu 3! Im Problem, Digga! Jetzt die Loops gegen die Bros! Die OGs! Die OGs, Digga! Sie sagen immer noch OGs! Ihr seid vielleicht frischer! Ihr seid vielleicht frischer im Game! Wir haben aber die Erfahrung! Digga, und weißt du, was mich hier schon wieder richtig aufregt? Was mich schon wieder richtig aufregt, ist die Tante, die hier sitzt! Geh' mal weg, die wegwerfen! Sünde, Digga! Was kann sie denn dafür? Ja, ich wollte gerade sagen! Dreck mal ne Granate auf die werfen, Alter! Dreck mal ne... Achtung, mag ich da, Dig, ne Granate! Hä? So! Oh Gott, ich will euch gegenseitig! Nein! Mein eigener Team-Aid will mich sabotieren! Digga! Okay, Kaspar! Wie ist die Lage? Also bei mir ist alles gut! Ich guck' hier grad auf deren Laster da oben! Ja, okay! Ich überlasse dir immer den Laster! Ohhhh! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Oh nein! Das kann nicht sein! Okay, okay, okay! Verdammt! Ah, hat er gehofft, Digga! Das war kein Problem! Komm, let's fest! Mist! Wird's ihn durch, wird's ihn durch! Die entscheidende Runde, Digga! Die Cola-Flasche! Wo sind sie? Beim Baumautomaten! Ah, Broxo! Willst du mal Moven? Ja, komm! Digga, Max hat Schiss, Digga! Er gammelt hinten! Jetzt geht's los! Jetzt geht's natürlich um alles oder nichts! Was ist denn los, Jungs? Okay, Kaspar, ich zieh! Okay, ja, mach! Er zieht nicht! Random! Random? Ah, schade! Wir haben hinten gelöst, ne? Wir können es schaffen jetzt! Ja! Los! Verdammt! Leute, ganz locker! Was war? Zieh durch! Ich nutz die Wand! Ich nutz die Wand! Ja, hab ich! Verdammt, ey! Dieses Auto-Aim! Okay, komm! Weiter, weiter, weiter! Okay, lass weiter, lass weiter! Er zieht durch! Gefährlich, gefährlich! Okay, Kaspar, komm! Ich zieh schnell durch, Digga, weg vom Gastank! Ich zieh durch! Nein, ich schon wieder! Vorsicht, Vorsicht! Und es war zu früh! Nein! Was? Kaspar, der Gastank explodiert nicht, Digga! Digga, ich weiß! Das ist so nervig, Digga! Wie sagt ihr denn niemand? So, Max! Unser ist explodiert! Wir können weiterlaufen! Ja, sehr gut so! Du musst durchziehen! Okay, okay, ich setz dich unter Druck! Kaspar, zieh durch! Er macht schon wieder den, Max! Er macht schon wieder den! Ich muss mithalten! Digga, muss! Okay, okay! Kaspar! Ey, Digga! Ja! Ey, ey! Das ist Deno gestorben! Ich hab Deno! Ja! Ich hab Deno! Der quetscht! Oh mein Gott! Du musst das jetzt alleine schaffen! Oh mein Gott! 1 gegen 1, Digga! Digga, er ist so schlecht! Ich spring über den Zaun! Der macht Hechsprung runter! Was war das? Nein! Oh Mann! Ja, dieser Hechsprung gemacht! Ja, ich hab Deno zerquetscht mit dem LKW! Das hättest du sehen müssen! Ey! Warum hat denn der Fallschirm auf? Ja! Wow! Ja! Los! Digga, er ist im Labyrinth drin! Er ist im Labyrinth! Ja, komm! Nein! Was soll das? Digga! Oh mein Gott! Alles gut, Digga! Los! Yay! Das Auto-Aim! Sehr stark! Sehr stark! Er ist im Labyrinth! Oh Gott! Ich mach erstmal Pause für ihn, Digga! Stulle! Auch eine Pause für dich! Digga, Gönnbox und ich den Sieg, Kaspar! Für mich! Was macht der da? Oh! So! Okay, Kaspar! Okay! Okay! Kaspar, du hast den Sprung gesehen! Ja, ich hab ihn gesehen, Digga! Ich schaff ihn nicht! Du hast ihn nun geschafft, Digga! Nein! Er fällt runter! Er fällt runter! Er fällt runter! Nein, Bro! Ich bin nicht mal in die Nähe von dem Sprung gekommen! Du musst dran glauben! Wo ist er denn? Ich sehe nicht! Du bist halt der Sprung-Master, Digga! Ich falle! Fallschirm! Ja, sehr gut! Ja, G! 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 Also, dann haben die OGs doch noch gewonnen, Leute! Joooooo! Ja, Mann! Guck mal, Maxi erst mal direkt ganz hinten, Alter! Ich dachte irgendwie so, jeder macht jetzt seine Anmoderation, dann geht's los, aber so... Gar nichts macht der! Normaler, normaler, eigentlich auch so, aber... Oh, Maxi, komm auf dich! Hey! Nein! Oh Gott! Ganz schnell! Hey, Max Digga! Hä, wohin, Alter? Ja, Links Digga! Ey, ich vergesse immer Fallschirm auf... Oh Gott, ich bin so schlecht, Digga! Oh mein Gott, du bist so ein Bummi, Alter! So ein Bummi! Ey, wer ist gelb? Wer ist da direkt ganz vorne? Digga, weiß ich nicht! Yeah! So ein Ding, Alter! Zieht euch! Brox, ein Schar bist du? Ich bin rot, ich bin rot! So, dann wird als nächstes Brox eingeholt! Uh! Warte! Oha, oha, Leute! Das wird jetzt... Nein! Ah! Oh nein! Er hat mich umgefahren! Wartet auf mich! Nein! Dreh dich doch! Ja! Ey, der brucht zu lang! So, pass auf! Hau rein, Max! Das fällt jetzt rein! Nein, 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 nein! Wo hast du denn, Mann? Ey! 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 Ey, ohne Spaß! Er haut mich einfach weg, Digga! Das war so schlecht, Alter! Er haut mich einfach weg! Jungs, habt ihr eigentlich Bock, jetzt hier rüberzufahren? Also, ich würde sagen, das wird schwierig für euch! Ja, also, ich bin wieder vorne! Ich bin rausgeflogen! Was wirst du? Sooo... Ich bin rausgeflogen! Ich tat dir ernst! Ey, Digga! Statt den Routern heute, Digga! Bist gleich, Digga! Wie mit... Ey! So, Digga! Den da hinten wollen wir auch noch mal ganz kurz... Der macht... Ja, wobei, das regelt sich von... Ach, ey! Ey! Digga, warum schaff ich's dir nicht rüber? Ey, ich werde dich regeln, Leon! Mach doch nicht diesen! Ey! Ey! So! Nein! 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 Oh Gott! Nein, das macht er hinter mir! Er könnte sich mit den Schatten! Oh! Nein! Ich hab da Rennen geklaut! Ey! Ey! Nein! Nein! Ich bin im Wasser! Nee! Ich hab's auch nicht geschafft! Alter! Hahaha! 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 6 für Ungut! Ah! Digga! Und jetzt fällt er nicht zurück! Oha! Alter, was ist dein 30er! Haha! Schade! Einfach schade! Digga! Direkt hier! Ey, Broxan! Das war nicht so gemeint! Ach, komm! Ich hau ihn direkt weg, Max! Oh, ne! Jetzt fang wie weit an! Ah, ist ganz belassen jetzt! Yeah! So, wir schnappen hier die Rakete! So! Oh! 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 Das war so gefährlich! Adding! Oh! Oh! Nein! Nein! Ja! Na, was war das denn? Nein! Der Versuch, Digga! Kein Problem und da kommt ja noch hier mal! Oh! Hallo, Max! Oh! Azaaah! Der Eiferschnitt, guck mal hier! Hau rein, Danno! Der Typ hat auch die ganze Zeit Raketen, ne? So, pass auf, Denno, mit dir hab ich noch ne Rechnung offen, mein Freund. Och nö, Digga, keine Rechnung, bitte, mach nicht die! PUT! Och Mann! Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Hast du den trotzdem bekommen? Ne, ne? Och, ich hab ihn gekriegt. Ich hab noch ne Rechnung mit dir offen. Welche denn, Digga? Hau rein, Brudi. Ey, hier sind mehr offene Rechnungen als bei Finanzamt. Los. So, Jungs, ich bin direkt hinter euch, ich krieg das direkt hier ne Mahnung, ich sag's euch. Wo seid ihr? So. Oh, okay. Max, guck mal hinter dir! Digga, pass auf, Proxx, gleich gibt's ne Steuernachzahlen, oder ne saftige. Ne richtig saftige. Die hat er sich gut genommen. Wo seid ihr denn? Die Kurve. Oh, Max, komm, Team ist gegen Denno, okay? Was für Team gegen Denno! Oh, pass auf! Oh! Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt, Digga. Das waren einfach mal wieder die Jedi-Kräfte. Oh, scheiße! Nein! Es bringt hoch, Alter, wie Ninja! Und noch geholt! Ah! Ja! Jungs, ihr wisst, das wird so nicht enden, ne? Ja, pass auf, ich bin gespannt. Übrigens, Leute, es geht ja um ein bisschen Geld. Das muss ich nur so nebenbei sagen. Oh, wir sind hier mal wieder schön auf der 1. Wir sind mal wieder ganz einfach verdiente 100 Euro hier. So, hinter Max jetzt hier. Und... Windschatten können! Tschüss, Frogs! Nein! Oh! Ja, so'n Ding also! Ey! Aber das Rennen wird eng, ne? Wow! Oha! Alter, bitte! Nein, 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 nein! Digga, das war aber echt ein kranker Mut. Digga, einfach James Bond ausgepackt. Ich sag's dir. Das war wirklich diese ganz wilde... Und ich schaff dich rüber. Moin, war ich da? Oh! Oh Gott! Max! Oh nein! Was willst du von mir? Billy! Ey! Nein! Oh! Oh! Und hoch! Ey! Oh! Alter, nee, was? Oh mein Gott! Ey, jetzt hör auf wieder mit dein Schiff. James Bond, 2.0! Nein! Okay, okay. Was ist das denn? Ey, was hast du denn da? Muss man hier Ballride oder was ist das hier? Nee, ich glaube. Warte mal. Ich bin verwirrt. Wow! Ach, Leon, Alter. Stuntmaster kommt, sagst du? Ja, ja, ja. Alles easy, Digga. Ganz locker. Ganz locker. Ey, schade. Was geht denn ab? Na, wo willst du denn hin? Ja, ich sag's euch. Hast du eine Rakete? Ich steig gleich aus, Digga. Wer weiß? Und wir gehen hoch. Nein, ich wurde gebremst. Jawoll. Nein! Max hat die Rakete. Nein! Oh mein Gott! Jetzt auch James Bond-Move. Nein! Ja, was? Was? Halt's Maul, Digga. Digga, du hast sie einfach geholt. So die Ehre genommen, Alter. Das war ein Crack-Day. Ey, was willst du mal mit diesem James Bond-Buch? Nein! Ich hab' den Checkpoint nicht bekommen. Digga, jetzt muss ich hier nochmal. Aha! Perfekt! Nein, ich hab' die Rakete nicht bekommen. Aha! Oh nein! Max hat, glaub ich, die Rakete hinter mir. Komm, Deno, lass auf Max gehen. Komm! Locker durch den Feuerring gejumpt. Ja, sehr gut, Digga. Und jetzt ziehen wir durch, Männer. Ja, sehr gut, Digga. Schnapp ihn dir, Digga. Schnapp ihn dir. So, komm mal hier. Wir sind direkt hinter den, Freunde. Alles entspannt. Komm, Digga. Ich hab' die Rakete nicht gekriegt. Ich hab' sie bekommen! Ich hab' sie bekommen, Digga. Die Rakete. Und? Wie, wie ist es so, Digga? Oh, Max! Das kann nicht sein! Ja! Nein! Ja! Er ist da! Jungs, ich will ja nicht sagen, aber hier ist Mautgebühr, ne? Also... Ey! Keine Mautgebühr, keine Mautgebühr! Jawoll! Ich zahl' keine Mautzone, Digga. Digga, wie die einfach im richtigen Moment runtergesprungen, äh, hochgesprungen sind. Oh, oh! Nein! Ich hab's schon gesehen! Verdammt! Oh, Max, ich hab' auch ne Rakete! Wenn man schon so weiß, da ist jemand hinterher, Alter! Ja! Ja! Wieder gar nicht, ey! Guck mal hinter dir, Max! Was machst du denn da? Nein! Nein! Ist hier irgendwo ne Rakete! Hier! Oh, nein! 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 Jetzt haben wir die Jungs schon schön ab! Let's go! Ja, was denn, Digga? Das schnellste Rennen im GTA soll es sein! So, Max! Oh! Der war ein Booster! Oh! 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 ich bin so mein gott jetzt richtig salon jetzt klingelt das bei mir nein das ist unsere chance das ist unsere chance jungs macht bitte ehre die gabte gewartet wir haben gewartet ich fahr gerade zu max aber er ist am ziehen okay jetzt habe ich ja nein ich fahr direkt doch vom checkpoint jetzt muss ich richtig durchziehen du willst jetzt echt mit deinem mobil da losfahren ich bin ganz hinten er knallt mich ab was war das denn da junge das war ganz schön knapp die c4 ladung immer besser nein was wir jetzt machen schön mit rocket ja rocket oh mein gott wie schien sich die nach hinten max da kommt was da kommt ich habe ihn einfach runtergetreten das erste mal im leben gefühlt alter denn oh max ey 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 das ist ja das absolute zerstörungs match das war ich sagen die reifen mein bester läuft durch ich nein was ist das denn was ist das denn nein die ziehe alle durch okay ich idiotiger die sind echt alle durchgezogen digga was erwartet da digga was ist das nicht los ne ey digga und ich fahre immer rüber oh ey ich fliege meinen checkpoint das war das war's ey doch mach digga sagst du jetzt doch schieß damit digga ich lag doch schon auf dem runden digga doch einfach weggetreten ey schade ey schade boop boop voll ins gesicht als ob du mich getroffen hast digga chill war das eigentlich der double kill genau mein ding das rennen das ist echt viel geld leon geiler platten ey das ist ja das ziel nein 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 ich muss gas geben ich muss gas geben ich muss gas geben ja ich hab gewonnen ja noch vormann noch vormann ja 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 holger ich schieß du noch ein bisschen rein trollen ich schieß du noch blocken okay sagt ihm sooo und wui nein ich idiot ich bin der krass du ziehst einfach durch digga ich wecke nicht dass man da drauf springen muss und jetzt meine rakete weg digga du bist ja schon im ziel